Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches ihr alle so lieben. Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Alles wird teurer und auch Zeit ist kostbar. Doch die kommende Stunde ist eine gute Investition für euch. Lasst euch nicht einschüchtern vom erdrückenden Zehnt, den Wizards bald für jeden Booster einfordert. Wir tappen heute jeden Schatzspielstein zweimal, damit ihr mit reicher Ernte aus dieser Folge zurückkehrt. Magic wird teurer und daher spare ich mir heute das Intro. Los geht's! Ja, herzlichen Glückwunsch, Geis. Für diesen Witz, den du mir vorhin geschenkt hast, den ich im Intro einbauen durfte. Vielen Dank. Nein, erstmal für diese Idee zu dieser Folge, hat sich ja schon ein bisschen angekündigt in der letzten Folge, dass wir festgestellt haben, oh, die Preissteigerung schlägt jetzt auch bei Wizards zu. Und da hattest du die Idee, lass uns doch mal eine Folge machen, wie man auch preiswert Magic spielen kann. Genau, das wird so ein bisschen so eine kleine Clip-Show heute, wie man das aus den 90er-Jahre-Serien kennt. Das heißt, heute holen wir noch mal alles raus, wo wir denken, hey, so kann man preiswert oder sogar kostenlos Magic spielen. Einige Sachen davon kennt ihr, aber ich vermute mal vielleicht oder vielleicht hoffentlich oder wer weiß, das eine oder andere auch nicht. Und wenn ihr neu dazugekommen seid und uns zum ersten Mal hört, sowas wie hier machen wir öfter. Also wir stellen Sets von Magic-Spielen vor, aber wir machen auch Folgen, wie ihr Magic schöner spielen könnt und mehr Spaß haben könnt. Und das ist heute so eine Folge. Also schickt die auch gerne an Leute, die vielleicht auch einsteigen mit Magic und sagen, oh, das ist aber alles teuer. Und wir sagen, nein, nicht unbedingt. Das hast du schön zusammengefasst. Und ich würde sagen, wir fangen an und wie wir es immer machen, servieren wir als erstes eine kleine Vorspeise. Und ich sage, was es gibt und erkläre nach dem kleinen Jingle, was es damit auf sich hat. Es gibt als Vorspeise süße Reisbällchen. Süße Reisbällchen gibt es. Also pass auf, in der Kita meiner Tochter gibt es eine ganz, ganz tolle italienische Köchin. Und die macht folgendermaßen, seitdem die da ist, wird kaum noch Essen weggeschmissen. Und zwar macht die folgendes, die hat irgendwie einen Trick für alles mögliche Essen, was so übrig bleibt. Und mit so übrigem Reis, der übrig bleibt, da macht sie tatsächlich, formt die so kleine Bällchen, zuckert die ganz nett, packt die auf dem Blech, schiebt die in den Ofen, bäckt die aus und macht halt voll die geile, süße Nachspeise. Den kann man den Kindern dann so in die Hand drücken und dann futtern die das so und finden es mega nice. Und so geht es mir auch irgendwie mit Magic. Es ist irgendwie so eine, ich habe das Gefühl, ich benutze so viele meiner Magic-Karten einmal und dann benutze ich sie nicht mehr und schmeiße sie gefühlt weg. Lasse es so in der Dunkelheit vieler Kisten vergammeln. Und worum es heute ja gehen soll, ist so ein bisschen, ja, wie können wir maximalen Spielwert aus unseren Magic-Karten rauskriegen, die wir ja alle um uns herum anhäufen. Und dann sind wir mal ehrlich, also ich häufe auf jeden Fall eine ganze Menge Magic-Karten an, mehr als ich jemals Zeit hätte, sie wirklich ernsthaft zu bespielen. Und gut, jetzt die Inflation geht voran, der Powercreep der Wirtschaft sozusagen schreitet voran und wir müssen einfach schlauer werden, was wir mit unseren Magic-Karten machen. Und darum soll es heute gehen. Und deswegen gab es so vorspeisig süßen Reißbändchen. Macht das Sinn? Ja, diese Sendung ist ja quasi ein großes süßes Reißbällchen für euch. Ach, wie schön. Das finde ich eine sehr schöne Mitte. Ich finde es schöner als Clip-Show, wenn du sagst, was ja hauptisch mal in anderen Folgen gehört. Nein, wir machen quasi aus dem, was wir schon mal angedeutet haben in anderen Folgen, was Neues Leckeres. Danke, danke. Das finde ich schöner. Das ist positiver formuliert, da hast du recht. Bevor wir damit loslegen, erzählen wir euch noch ein bisschen was zur Vorspeise. Etwas, was nichts mit der Hauptspeise zu tun hat, das, worüber wir jetzt besprochen haben, sondern was ganz anderes. Nämlich den Content-Creator-Charity-Pokal 2022. Ja, da hast du teilgenommen und ich bin, also ich habe es nicht gesehen, weil ich anderweitig verhindert war und bin jetzt aber schon ganz gespannt, dass du mir minutiös erzählst, also in kurzen Worten, aber minutiös, wie es denn so lief. Also erstmal hoffe ich, dass viele von euch eingeschaltet haben. Wer es nicht getan hat, nach dieser Erfahrung jetzt wird es im nächsten Jahr bestimmt wieder einen geben. Das war eine ganz tolle Sache. Ultimate Guard, der bekannte Box- und Sleeves-Hersteller, hat gemeinsam mit Herumkommandiert und Nackt und Rosa. Die haben nämlich ursprünglich diese Idee ins Leben gerufen und jetzt haben die durchgeführt die zweite Ausgabe dieses Pokals, wo Content-Creator, coolerweise auch uns inbegriffen, gegeneinander angetreten sind und über Arena im Artisan-Format gegeneinander gezockt haben. Das eigentliche, das war quasi sozusagen, wir haben gezockt, aber haben nebenbei Spenden gesammelt für einen guten Zweck. Und jeder durfte sich ein eigenes Spendenziel aussuchen. Das wurde dann über betterplace.org sozusagen zusammengefasst und insgesamt sind über 7000 Euro zusammengekommen. Denn der Gewinner, der Gewinner, ich sag später, wer gewonnen hat, der hat nämlich für sein Spendenziel von Ultimate Guard noch 1500 Euro obendrauf bekommen. Ich wollte nochmal kurz sagen, Artisan-Format, wer es nicht kennt, da spielt man nur mit Commons und Uncommons. Commons und Uncommons, die Arena-Legal sind. Ich glaube, das ist ein ziemliches Arena-Format. Kann das sein? Oder ist das ein Format, was auch außerhalb von Arena existiert, mit allen Commons und Uncommons, die es gibt? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Fällt mir jetzt gerade erst ein, diese Frage überhaupt zu stellen. Ich weiß es auch nicht, aber man kann es sicher auch nachbilden in Papier. Definitiv. Es war ein spaßiges Format, weil so konnte jeder irgendwie auch ziemlich frei ein Deck bauen. Und ich sag mal so, dem Power-Level hat es keinem Abbruch getan. Letztes Jahr war der Content-Creator-Charity-Pokal ja noch sehr, sehr, ich sag mal, dördelig angelegt. Oder eigentlich ziemlich tasty angelegt, wenn man so will. Es wurden nämlich so Themen vorgegeben, wie Personen, die nach links gucken, mussten auf allen Karten abgebildet sein. Oder auf jeder Karte musste ein Hut sein oder sowas. Da hätte ich sehr gerne mitgemacht. Das ist schön. Dieses Mal gab es quasi, hat jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin eine Auswahl von drei Legendary Creatures bekommen. Die waren jeweils ankommen. Und man konnte sich eine dieser Karten aussuchen und um die herum ein Deck bauen. Ja, kein Brawl-Deck, sondern Artisan-Deck. Das heißt 60 Karten und jede Karte darf bis zu viermal drin vorkommen, außer Basics. Die dürfen beliebig oft rein. Und es gab kein richtiges Thema mehr. Es wurden ziemlich, ziemlich starke Decks gebaut. Und das wird man auch gleich an meiner Score sehen, denn ich hab mich ziemlich verliebt da rein, so ein kleines thematisches Deck zu bauen. Ich hab nämlich gebaut Vega, der Beobachter. Vega, the Watcher. Und Vega, the Watcher ist eine legendäre Kreatur. Ein Vogelgeist. Kostet eins, weiß und blau. Und hat zwei, zwei Power-Toughness. Ich hab den gespielt in der Arena-überarbeiteten Variante. Das heißt, der hat erstmal Abwehr 2. Das heißt, jeder Spell, der den targetet, kostet zwei generische Mana mehr. Der Vogel fliegt natürlich. Und hat die Eigenschaft, immer wenn du einen Zauberspruch von irgendwoher außer deiner Hand wirkst, ziehe eine Karte. Und ich bin, das Ding ist aus Kaltheim. Der wurde in Kaltheim gedruckt. Das ist eine wunderschöne Karte mit einer Illustration von Paul Scott Canavan. Und war so ein bisschen auf diese Fortell, diesen Vorherbestimmungsmechanismus ausgelegt. Und was ich gemacht hab, ich dachte, ich geh mal voll auf dieses Geist- und Geisterthema. Und hau möglichst viele Karten rein, die Aufstören haben, was wir aus Innistrad kennen. Wir haben das ja auch gegeneinander getestet. Also ich hab mir auch so ein Deck gebaut. Und dann bist du ins Bootcamp gegangen, mit zusammen. Und wir haben das einmal getestet, getestspielt. Genau. Und ich hab einmal gegen dich gewonnen. Also ein Dreier-Match gewonnen, ein Dreier-Match verloren. Das hat Spaß gemacht. Am Ende hätte ich gedacht, ich hätte lieber dein Deck bauen sollen, weil es war einfach stärker. Aber dann dachte ich, du bist ja nicht dabei, also spiele ich einfach meins. Clever. Genau, beim nächsten Mal machen wir das dann schön gemeinsam. Dann sitzen wir selber beide im gleichen Boot. Und es hat Spaß gemacht. Es war ganz cool. Ich hab das erste Spiel gegen MTG Malone gespielt. Das hab ich dann natürlich verloren. Zu null verloren. Der hat gespielt Sir Conrad, Mono Black und dann auch den Blood Artist mit drin. Und ihr könnt die Karten mal nachschauen. Das heißt, ich wurde ganz, ganz viel gedrained. Das heißt, er hat mir direkt, nicht unbedingt über Kampfschaden, aber quasi über andere Effekte direkt Leben abgezogen. Und hat mich quasi, tja, leer gesaugt, noch bevor ich irgendwie Vega sagen konnte. Das zweite Spiel ging dann gegen Exit. Exits, gegen den hab ich auch 2 zu 0 verloren. Da wundert's mich dann nicht so, weil der hat das ganze Turnier dann letztlich auch gewonnen mit seinem blau-roten Spellslinger-Deck. Wirklich ein feines, feines Teilchen, was er sich da gebaut hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, um welche Karte drumherum. Er hat auf jeden Fall Crackling Drake gespielt. Diese Karte, die quasi Sternchen und 4 als Power-Toughness hat. Und das Sternchen ist quasi in der Höhe der Non-Creature Spells, die sich im Friedhof befinden. Und die waren dann halt gern mal 10, 4. 11, 4, 12, 4, 13, 4 groß, diese Teile. Die haben ordentlich gerumst, auch in der Luft. Da hatte ich nicht viele Chancen, das hat er extrem gut gemacht. Mein Spiel 3 war dann ein Freilos. Denn es sind tatsächlich zwei Spieler gedroppt. Einmal der Ormus von Magic Blocks. Und dann noch die Jungs von Radio Ravnica, Robin und Blackie. Leider konnten die nicht weiterspielen. Super traurig. Aber cool, so habe ich meinen ersten sauber verdienten Win erarbeitet. Und das letzte Spiel habe ich dann gegen Bloody Sunday gemacht. Und Bloody Sunday, coolerweise, der hat sich ein ziemlich thematisches Rogues-Deck gebaut. Ja, also da waren die ganze Menge Räuber unterwegs. Hex hat versucht, mich zu millen und daraus sich dann Vorteile, Effekte zu erzeugen. Was allerdings den schönen Nebeneffekt hatte, dass wenn er mich millt, dann schmeißt er mir Karten in den Friedhof. Und weil ich ja auf Stören ganz, ganz viel spiele, hat er mir quasi Karten auf die Hand gegeben damit. Ich kann ja ganz viele Karten direkt aus dem Friedhof casten. Das hat mir einen ziemlichen Vorteil verschafft. Und deswegen habe ich dieses Game dann tatsächlich 2 zu 1 gewonnen. Ja, genau. Das heißt, am Ende stand ich 2-3. 2 gewonnen, 3 verloren. Habe es nicht in den Tag 2 geschafft, was auch vollkommen okay war, denn das Wetter war sehr, sehr schön am Sonntag. Und ich hatte aber trotzdem nochmal die Gelegenheit, kurz für 10 Minuten ins Interview zu gehen, unseren guten Zweck vorzustellen. Denn wir haben nämlich gesammelt für das Deutsche Kinderhilfswerk, für die Aktion Eine Mahlzeit für alle Kinder. Ja, sehr wichtige Aktion. Immer wieder lustig über Essen und machen lustige Wortspiele mit Nahrungsmitteln und so weiter. Für manche ist das alles andere als lustig. Die brauchen Essen und gerade bei Kindern hört da ziemlich der Spaß auf. Und spaßig wird es aber, wenn man die Gelegenheit hat, denen für die Geld zu sammeln und denen zu spenden. Und wir haben über unsere Seite quasi 106 Euro gesammelt, was ich voll gut finde und was schon alles an die Aktion weitergeleitet wurde. Vielen, vielen Dank jedem einzelnen Spender, jeder einzelnen Spenderin, allen, die zugeschaut haben. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Das war eine ziemlich coole Sache. Was gibt es noch zu sagen? Solaris und Jamin Kaufmann haben das Ganze moderiert, kommentiert, haben das ziemlich cool gemacht. Und ja, danke an Nackt und Rosa herumkommandiert und Ultimate Guard, die ihr das veranstaltet habt. Weißt du, ob man da jetzt noch weiter spenden kann? Also die Aktion gibt es ja weiter. Also den Charity-Pokal gibt es nicht mehr. Aber die Aktion, für die wir uns stark gemacht haben mit unseren Spenden, die gibt es ja weiterhin. Also da können wir auch verlinken. Ja, da können wir weiterhin spenden. Genau, denen fehlen, glaube ich, noch einige tausend Euro. Ich weiß auch nicht, kann sogar sein, dass das immer wieder fortlaufende Spendenaktionen sind. Das heißt, wenn die das Ziel erreicht haben, werden die womöglich bei Better Place auch wieder neu eingestellt. Das ist eine Seite, auf der man sehr, sehr unkompliziert spenden kann. Wir verlinken euch das Ganze und dann habt ihr die Möglichkeit, hier auch nochmal einen Euro hinterher zu schicken. Jeder Euro hilft auf jeden Fall. Dann machen wir das. Dann verlinken wir das in den Shownotes. Und ja, vielen Dank für diesen Bericht direkt vom Pokal. Und ja, dabei sein ist alles, sagt man so schön. Aber ich glaube, dabei sein war tatsächlich zumindest spaßig. Definitiv. Naja, und mit Geld hören wir auf. Über Geld sprechen wir auch weiter. Beziehungsweise wie wir auch mit wenig Geld, weil wir ja den Rest alles spenden, Magic spielen können trotzdem und so, dass es uns auch Spaß macht. Und deswegen bitte, du servier doch bitte die Hauptspeise, Martin. Genau, und als Hauptspeise gibt es heute Sparferkel. Mit R. Witzig. Dann soll es ja Sparfenkel heißen. Sparferkeln. Sparferkeln. Ja, uh, großes Thema. Wir haben viel vor und wir haben das aber schön strukturiert für euch, damit ihr das alles auch in den Kapiteln nachvollziehen könnt, was wir hier besprechen. Und damit wir auch hier gut durchkommen. Durch die ganzen vielen Spartipps, die wir für euch zusammen gebastelt haben. Es gibt sicherlich noch unendlich viele mehr. Aber wir haben uns jetzt quasi auf Tipps in drei Kategorien festgelegt. Wir fangen an mit preiswerten Spielformaten. Wir reden dann ein bisschen über digitale Spielformen von Magic, die mithin preiswerter sind oder sogar kostenlos sind. Und dann gibt es noch unter der Kategorie Combat Tricks 17. 17 Tipps. 17 Tipps. 17 bis 37 Tipps, was man sonst noch so machen kann. Ne, da haben wir noch mal so ein paar Kleinigkeiten zusammengefasst. Die gibt es dann am Ende. Und ich würde sagen, wir beginnen mit preiswerten Spielformaten. Denn, ja. Kennst du da eins? Kenn ich da eins? Worauf willst du hinaus? Etwa über... Ich wollte jetzt eine goldene Überleitungsbrücke bauen zur Tasty Paper Pauper Night. Vielen Dank, Martin. Hey, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Pauper, Pauper, Pauper. Ich bin ja gerade mega im Pauper-Fieber. Ich spiele gerade mehr Pauper, als ich Commander spiele. Ich habe das gerade für mich entdeckt und habe das mit vielen Leuten, mit vielen anderen gemeinsam entdeckt. Wir haben einen kleinen Discord, auf dem nichts anderes stattfindet als Pauper. Den verlinken wir euch auch. Der ist auch auf unserem Twitter-Profil verlinkt. Kommt auf dem TastyMTG Pauper Discord, wenn man so will. Und da findet ihr andere Gleichgesinnte. Das ist ein schönes, kleines, gemütliches Fleckchen, um sich über die gewöhnlichen Karten dieser Welt auszutauschen und sich natürlich auch zum Spielen zu verabreden. Pauper ist ein super cooles Format. Es ist... Du spielst mit echten Magic-Karten. Du baust dir unfassbar starke Decks. Es ist ein wahnsinnig diverses Meta. Das bedeutet, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Decks gibt, die alle, ja, turnierfähig sind. Und es ist eben nicht teuer, weil du nur auf Commons zurückgreifst. Genau, das ist vielleicht der wichtige Punkt. Du spielst tatsächlich nur mit Commons. Und die sind halt günstig, weil sie halt sehr oft vorkommen, weil sie halt sehr oft geöffnet werden in Boostern. Vorkommen. Vorkommen. Hervorkommen. Und Maler eigentlich sehr viele davon hat und auch andere Leute sehr viele davon haben und sie deswegen sehr günstig abzugeben sind beziehungsweise sehr günstig zu bekommen sind. Hey, auch da gibt es Karten, die teuer sind, aber teuer in einem ganz anderen Verhältnis. Also es gibt auch Karten, die ich mir gerade, wo ich so ein bisschen Hemmnisse habe, mir die zu leisten. Da kostet dann eine Snuff-Out zum Beispiel, Umpusten. Ist eine Karte, wo du eine Kreatur dannerweise zerstören kannst, kannst aber halt, anstatt die Manner-Kosten zu bezahlen, vier Leben bezahlen als alternative Kosten. Und da bezahlt man halt gerade fünf bis acht Euro pro Karte. Das ist für jemanden, der Standard spielt oder für jemanden, der Modern oder irgendein anderes Legacy-Format spielt, wo die Karten dann nicht so leicht wegrotieren quasi, ist das natürlich nix. Für einen Pauper-Spieler, der es gewohnt ist, irgendwie für 20 Cent ein Playset von einer coolen Karte einzukaufen, ist das natürlich viel. Also, ne, auch da muss man mitunter, wenn man sich ein komplettes Deck baut, was cool ist und was Tier 1 ist, ne, 50, 60 Euro ausgeben. Aber im Vergleich zu den anderen Formaten, die, ja, ähnlich auch eben auf Turnieren gespielt werden oder, ja, in Site-Events auf großen, großen Magic-Festen und so weiter, muss man wesentlich mehr Geld ausbezahlen, mehr Geld bezahlen, mindestens dreistellig und oftmals mittlerweile eben auch vierstellig. Deswegen, Pauper ist ein großes Ding, was auch eben jetzt von Wizards unterstützt wird. Gavin Verhey zusammen mit ein paar anderen Pauper-Aficionados hat das Pauper-Format-Panel, PFP, gegründet. Das heißt, der betreut jetzt auch das Pauper-Format von Wizards Seite aus mit. Wurde ja bisher immer wieder auch mal so ein bisschen, ja, fast schon geleugnet, ne. Und die schauen mit sehr viel Hingabe und Liebe zu diesem, auf das Format und, ja, bannen mitunter Karten, aber begründen das sehr, sehr gut und sehr, sehr ausführlich. Haben jetzt auch gesagt, Mensch, unsere Karten werden alle teurer. Lass uns mal das Pauper-Format ein bisschen pushen. Hey, ich glaube, dass Pauper gerade einen Riesen-Push bekommt, ne. Ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die sagen, Magic wird teurer. Probiert doch mal Pauper aus. Gibt's, glaube ich, sehr, sehr viele. Hast du denn eigentlich schon mal P-E-D-H, Pauper-Commander, Pauper-E-D-H, ausprobiert, gespielt? Hab ich noch nicht. Oder dir mal angeschaut, wie das geht? Da wäre dann der Commander, wäre dann eine Ankommen und alles andere wäre ein Commons? Du kannst natürlich den Commander auch eine Common machen. Es gibt ja gerade noch diese eine Legendary Common, die keiner spielen will, aber es gibt sie theoretisch, aber du kannst quasi eine Ankommen nehmen. Die muss nicht mal Legendary sein. Was wäre das Jage? Was ist die Legendary Common? Die Legendary Common ist aus Commander Legends diese farblose Kreatur, die du quasi immer als Commander mit hast. Der prismatische Pfeiffer. Der prismatische Pfeiffer, genau. Ja, das ist eine coole Karte. Genau. Der macht ja nichts, außer zu sagen, ich kann ein Commander sein. Nee, hab ich noch nicht gespielt tatsächlich, aber klingt natürlich interessant. Jagell ist übrigens eine Ankommen. Deswegen hast du recht, der prismatische Pfeiffer. Ja, das ist doch ein Wort. Lass es doch mal probieren. Genau, also das war vielleicht zum Einstieg, dass das Pauper, also alles, was mit Commons hantiert oder gegebenenfalls auch noch mit Uncommons, das Artisan-Format, ich hab nochmal nachgeguckt, ist tatsächlich ein Arena-Only-Format, aber kann man sicher auch in Paper nachbauen. Und auch da wird's wahrscheinlich dann relativ günstig bleiben. Ja, ähm, genau. Man kann sich natürlich auch, also wir hatten beispielsweise in der Playgroup Pauper angefangen zu spielen, indem wir gesagt haben, hey, wir bauen uns Pauper-Decks, aber nur aus den ganzen Commons, die wir schon längst rumliegen haben, die wir irgendwie im Schrank liegen haben. Das war cool. Nicht so mega stark wie die Tier-1-Decks, aber, ähm, trotzdem ziemlich lustig. Okay, was kann man noch machen? Also wie kann man noch günstig mit Papierkarten spielen? Äh, mir fällt ja was ein, und zwar ist das, äh, Cube. Ähm, das heißt, man macht keine Booster auf, sondern man hat quasi alle Karten, mit denen man spielen will und draften will, hat man schlicht schon mal zusammengestellt und hat die in einem wiederverwendbaren Format zusammengebastelt, das Cube heißt. Ähm, Cube ist quasi eine Sammlung von Karten, in der Regel 360, 480, 720. Ähm, das ist alles, was durch eine beliebige Anzahl von Magic-Teilnehmern geteilt werden kann. Und dann bleiben noch ein paar Karten übrig. Und aus diesen Karten, die mischt man alle zusammen. Und dann kann man da kleine Päckchen draus bilden zu 15 Karten. Und dann kann man die draften. Also wie, wenn man jetzt Booster aufmachen würde, macht man einfach, äh, mit den Karten, äh, drei Päckchen und jeder kriegt drei und dann wird losgetraftet. Und dieser Cube kann aus Karten bestehen, die ihr euch zusammenstellt. Ähm, das können nur Commons sein, das können nur Un-Commons sein, das können alle Karten von einem Set sein. Das können eure liebsten Karten sein, mit denen ihr je in Magic gespielt habt. Das können wie bei mir, ähm, silberrandige Karten sein, die auch sehr günstig sind, weil die bislang nicht turnierlegal sind. Ähm, das ändert sich ja schon. Werden sie auch nicht. Werden sie auch nicht. Aber, äh, jetzt kommen Ansätze raus, wo teilweise Karten, äh, turnierlegal drin sein werden. Aber, ja, auch da könnt ihr euch ein Cube zusammenstellen. Und Cube ist quasi eure eigene Sammlung und vor allem eure wiederverwendbare Sammlung von Draftkarten. Eigentlich eine tolle Idee, eine pfiffige Idee. Der Name Cube ist vielleicht erst mal ein bisschen abschreckend, weil, ähm, es klingt nicht so, es klingt nicht so einladend, finde ich. Ähm, aber hat sich halt so festgesetzt. Aber Cube ist, äh... Findest du? Ja. Ach, ich find's eigentlich okay. Ja. Klingt so ein bisschen technisch, ne? Klingt ein bisschen technisch. Aber ja, es geht ja quasi darum, ne, dass ich quasi, ähm, eigentlich geht's ja darum, dass wir jetzt nicht so mega geizig sind und gar kein Geld ausgeben wollen, aber es geht darum, wie kann ich maximalen Spielwert aus so einer Karte rausziehen. Und wenn ich so einen Cube habe, kann ich den halt immer wieder auch in unterschiedlichsten Spielformaten spielen. Ich kann draften, ich kann Ziel spielen, ne, ähm, und kann halt diese, kann den auch immer wieder, ja, ein bisschen aktualisieren, aber hab diese Karten, mit denen ich dann halt immer wieder spielen kann in unterschiedlichsten Spielgruppen, weil der in sich halt auch gebalanced ist, ne, unabhängig davon, wer jetzt gerade zu Besuch kommt, wer seine mächtigsten Deck mitbringt. So, wenn ich den Cube auf den Tisch stelle, dann sind das die Karten, mit denen alle spielen. Und, ähm, das hat einen großen, ähm, ja, eine große Nachhaltigkeit, sag ich mal. Und es ist halt auch schön einladend für Leute, die noch nicht so viel in Magic spielen oder vielleicht noch gar nicht gespielt haben und sagen, ich möchte das mal ausprobieren. Ähm, ich erinnere mich noch, wo wir bei einem gemeinsamen Freund waren und ich jetzt auch noch nicht so lange Magic gespielt habe. Meine Freundin war auch dabei. Und das war eigentlich ein schöner Einstieg für uns auch mal zu sehen, ähm, ah, was gibt's denn für tolle Karten überhaupt? Was hat denn vielleicht jemand, äh, über die Jahre hin angesammelt und mit den Karten einfach mal zu spielen, ohne selber das Geld in die Hand nehmen zu müssen? Das ist natürlich auch ein toller Einstieg für Leute, die ganz frisch beim Spiel dabei sind. Ähm, für mich ist dann immer auch so ein guter Vergleich, ähm, Wiederspielwert tatsächlich, wenn ich das vergleiche mit anderen Brettspielen, die so 30, 40, 50 Euro kosten. Du hast vorhin gesagt, so ein Pauper-Deck kostet dann vielleicht 50 Euro und dann kannst du da mehrere Spiele rauskriegen aus dieser Investition. Und das ist beim Cube vielleicht dann auch gegeben. Da investiert man vielleicht einmal, kriegt aber dann sehr, sehr viele Spiele aus dieser Zusammenstellung von Karten raus. Mhm. Und dann kann man sich ein Pauper-Cube bauen, wo dann halt nur Comments drin sind. Und, ähm, ich freue mich schon drauf. Ich darf nämlich ziemlich bald, äh, auch mal einen Pauper-Cube ausprobieren. Ich habe schon mal eingespielt. Das ist eine wahnsinnig witzige, tolle Erfahrung, ne? Weil die Karten ja auch einfach entsprechend kommen, die sein sind. Da sind einfache, kurze Texte drauf. Das kommt mir als meinem Timmy-Hirn ziemlich entgegen. Äh, darauf freue ich mich sehr drauf. Nee, also Cube, wie gesagt, fände ich auch ein schönes Format. Und, ähm, ja, das skaliert auch mit eurem Budget und das skaliert mit eurem Spaß und euren Anforderungen ans Spiel. Also, dicke Empfehlung von mir. Ich freue mich sehr drauf, deinen Cube zu spielen. Ja. Schaffen wir das ja noch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, vom Draften kann man natürlich auch, ähm, einfach die Karten, die rumliegen, ne? Ähm, einfach auch verdraften. Wir hatten das mal gemacht eine Zeit lang. Da hat jeder so das, was er an, an Bulk quasi, an Karten, die er nicht mehr brauchte, ähm, sozusagen mitgebracht hat. Als man sich getroffen hat, hat quasi, jeder hat sozusagen Karten, äh, in der Menge von so drei Boostern mitgebracht. Äh, hat daraus dann, hat man die alle zusammengemischt und hat einen kleinen Chaos-Draft damit gemacht. Und man hat damit dann eben die Karten, ja, auch losbekommen, die man nicht mehr wollte, hat andere Karten gesehen und hat sozusagen die Karten in der Playgroup einmal schön durchgemischt. Das finde ich auch immer eine ganz, eine ganz nette Variante. Kann man machen, indem man vielleicht nur seine herumliegenden Rares nimmt. Ähm, kann man aber auch theoretisch mit allen möglichen machen, ne? Habt ihr das dann irgendwie auch nochmal so durchgemischt, dass, ähm, dass das so einem möglichen Booster relativ nahe kommt mit der Farbverteilung? Dass man dann jetzt nicht nur rote Karten jetzt in die, in dem Draftbooster, den man sich da zusammen gemischt hat, hat? Oder war das einfach wild? Nee, das war komplett random. Das war auch die Herausforderung, ziemlich schnell zu erkennen, welche Farbe genug vorhanden ist. Ähm, damit man dann auch tatsächlich ein funktionierendes Deck dabei, dabei rausbekommt. Aber ich sag mal so, da kann man ja auch schnell mal einfach vier Booster sich zusammenstellen und die verdraften. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man sich auch ein zweifarbiges oder halt ein solides dreifarbiges Deck draus bauen kann. Genau. Und je nachdem, wie, ähm, wie, wie, äh, begeistert ihr da eingestellt seid, könnt ihr natürlich auch verschiedene Stapel machen mit verschiedenen Farben und dann nehmt ihr eben zwei von Rot, zwei von Grün und zwei von Weiß, zwei von Schwarz, zwei von Blau und dann noch von den Ankommen. Sondern dann hat man ja auch so ein bisschen eine Durchmischung, zumindest, ähm, so eine Randomisierung von, von den Boosern zusammengestellt. Also, man kann dann schon kreativ werden, wenn man sich die Karten mal vornimmt, die man so rumliegen hat und kriegt dann bestimmt auch eine schöne, schöne Draftumgebung zustande. Ja. Amen. Sehe ich auch so. Einfach recyceln, ne? Was man nicht mehr braucht. Irgendwie gucken, wie man daraus nochmal einen Spielwert ziehen kann. Und wenn man weiß, dass jeder seine, seine trashigsten Karten mitbringt, dann kann das ja auch eine gewisse Herausforderung sein, äh, den anderen zu zeigen, hey, nee, in dieser Karte, da steckt noch oft eine ganz andere Art und Weise Spielwert drin. Das kann mitunter ganz lustig und sogar ziemlich, ähm, erhellend sein, was man da, was man da an Spiel, an Spiel zustande bekommt. Und ist tatsächlich auch, wenn man wieder an Einsteigerinnen und Einsteiger denkt, man kann tatsächlich auch diese, diese Commons, die dann oftmals so als Draft-Chef auch beim Im-Laden-Liegen geblieben sind, ähm, Karten nicht wegschmeißen, sondern lieber weitergeben an Leute, die vielleicht gerade einsteigen mit dem Spiel und, äh, vielleicht auch sagen, hier mit den Commons, da könntest du dir zum Beispiel ein Commons-Deck schon mal zusammenstellen. Ich zeige dir auch, wie das geht. Das ist dann ein viel niedrigschwelliger Einstieg, als wenn man sagt, hey, wir spielen bei uns immer CEDH-Commander und mach doch mal auch dir ein Deck. Das kostet sich locker 150 Euro, aber, äh, da, da, da kannst du bei uns mitspielen. Und es ist halt viel einladend, wenn du sagst, hey, wir spielen hier Pop, oder kostet ein Deck 20 Euro. Hier hast du ein paar Karten, die brauche ich nicht mehr. Guck doch mal, ob du da ein schönes Deck zusammenstellen kannst. Apropos Commander für 150 Euro, was, was gar nicht so viel ist, ehrlich gesagt, ne? Wenn wir mittlerweile, also ich weiß ja nicht, ob du auf dem Schirm hast, wie viel Wert deine Deck sind, die du so spielst? Ja, schon so, also schon so Richtung 200 Euro das eine, aber das ist halt auch über die Zeit gewachsen. Also das... Genau, man zieht ab und zu mal Karten, ne? Man kauft sich nicht alles, aber wahrscheinlich würde man, wenn man es kaufen würde, musste man mehr als 200 Euro investieren, weil man dann gucken muss, was wird gerade angeboten, bekommen noch Versandkosten oben drauf und so weiter. Genau, und deswegen ist ja auch das Ziel, möglichst viele Spiele aus diesem Deck rauszubekommen. Da haben wir ja später noch ein paar Tipps drauf, wie man dann vielleicht auch an so eine Deckkonstruktion reingeht, dass man nicht sagt, ich hab mir jetzt für 200 Euro diese Karten gekauft und das Deck macht mir überhaupt keinen Spaß. Also, da baue ich mir das nächste 200 Euro Deck. Ja, ja. Oh, ja, 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 ja. Also so bitte nicht reingehen. Aber hey, ich hab hier eine ziemlich coole Sache, die haben wir auch schon vorgestellt, und zwar Budget Commander, ne? Du erinnerst dich, ich hab ein Drei-Frage-Zeichen-Deck gebaut. Im Wert von damals waren's, war das noch 8 Euro? Ich glaub, es waren 8 Euro Deck, ne? Hast du mir gesagt, ja. Mittlerweile haben ja das Format wurde ja quasi, also Budget Commander oder ich weiß nicht, Budget EDH oder so, wurde erdacht von, ja, eben den Leuten, die auch den Charity-Pokal erfunden haben, herumkommentiert und nackt und rosa. Die haben sich gesagt, oder beziehungsweise die haben folgendes Regelwerk sich jetzt ausgedacht, und zwar baut man sich bei Moxfield ein Deck digital. Bei Moxfield kann man sich Card-Market-Preise anzeigen lassen und man kann bei Moxfield mit einem Klick kann man sich quasi von allen Karten sozusagen die preiswerteste aussuchen lassen aus den verschiedenen Angeboten, die es gibt. Und da darf das Deck, was man baut, nicht mehr als 25 Euro wert sein. Okay, schön. Das heißt, kurz gesagt, als Begrenzung, als Limitierung für den Deckbau setzt du dir ein Budget. Und das macht sowas von Sinn, vorn und hinten. Das ist so cool, kann ich einfach nur jedem empfehlen, weil man echt kreativ werden muss, welche Karten man reinnimmt und was ein gutes Deck ergibt. Denn man muss, keine Ahnung, eine angepasste Scribe-Vorsuche erstellen, wo man dann den Kartenwert irgendwie mit ersucht. Man muss irgendwie, ja, Karten finden, die nicht so viele Leute auf dem Schirm haben, weil die dann natürlich preiswerter sind. Man muss vielleicht mit ein bisschen Abstriche im Power-Level machen, aber wenn das alle tun, die diese Decks gegeneinander spielen, dann merkt man das am Ende gar nicht und man kriegt definitiv eine ziemlich, ja, eine ziemlich, ja, es ist ein Erlebnis beim Deckbau, weil man diese Limitierung eben sich sonst nicht setzt, sondern sagt, na dann, ich hab halt hier diese 10-Euro-Land, das tappt halt für alle Farben, die es auf der Welt gibt, dann packe ich das halt mit rein, es liegt halt hier rum. Aber so funktioniert es eben nicht, sondern du musst dann halt irgendwie die doofen Tapped-Dual-Colors spielen oder dir sagen, Dual-Lands spielen, oder dir sagen, ach, vielleicht packe ich hier doch ein Basic mehr rein, dann kann ich darauf verzichten oder ich verzichte hier, ich nehme diese eine Rare rein und habe ich aber weniger, weniger Budget für die anderen Karten und so, das kann schon sehr, sehr, sehr spannend sein. Jede Art von Limitierung stimuliert ja irgendwie eine andere Art von Kreativität, das heißt, das ist vielleicht auch so der rote Faden, dass sich durch diese Folge zieht, jede Art von Einschränkung, also das heißt jetzt, was wir schon hatten bei Pauper, wird halt nur mit Commons gespielt oder hier ist halt der Wert von den Karten insgesamt, die da mit reingenommen werden. Am anderen Ende dieses Spektrums stünde ja so etwas wie zum Beispiel Highlander, wo du sagst, die Karten oder die mächtigsten Karten dürfen halt nur diese Art von Punkten benutzen, die haben ja dieses Punktesystem. Ja, genau. Und jede Art von Limitierung bringt halt eine andere Art von Kreativität und eine andere Art von Format hervor und das muss nichts Schlimmes sein, das ist tatsächlich auch manchmal befreiend zu sagen, ah, ich kann mich jetzt nur in diesem Rahmen bewegen, dann gucke ich doch mal, was ich da Kreatives in dem Rahmen machen kann und man muss sich dann gar nicht messen mit dem 200-Euro-Deck, sondern sagen, nee, wir spielen jetzt halt hier in dem Rahmen von den 25-Euro-Decks und dann gucke ich doch mal, was da Tolles aus mir heraus entsteht. Yes. Ich bastle auch gerade tatsächlich an einem neuen Budget-Tasty-Flavor-Deck, was ich dann hoffentlich in einer der zukünftigen Folgen irgendwo mal vorstellen werde. Aber ich muss noch ein bisschen dran basteln. Ich darf noch nicht zu viel verraten. Es stellt sich mal wieder als nicht so leicht heraus. Das nur kurz dazu. Hast du das auch mal gemacht, Martin? Dir quasi in so ein richtiges Preislimit gesetzt? Noch nicht, aber das klingt verlockend, also weil tatsächlich dann die Auswahl auch sehr viel geringer ist und man dann gar nicht in Versuchung kommt, so teure Karten in Betracht zu ziehen, um zu sagen, ja, die muss ich jetzt aber spielen, weil dann bitte ich bestehen kann, sondern man weiß dann, die andere Seite hat dann vielleicht auch nicht so die mächtigsten Karten und man kann dann vielleicht wieder andere Karten in Betracht ziehen, die man schon vornherein ausgeschlossen hat. Das klingt eigentlich sehr verlockend. Und die Denke ist halt wirklich so, wo ist das Maximum an Synergien irgendwie? Wo kann ich noch was locker machen, was das Ganze kompensiert, dass ich jetzt, dass der Einzelwert der Karten niedrig ist, muss ja dann kompensiert werden, dadurch, dass quasi, ne, das Gesamtwerk, Zusammenspiel der Karten irgendwie entsprechend stark ist. Tu es. Mein Drei-Frage-Zeichen-Deck, ich sag dir, ich spiele mittlerweile gegen normale Commander-Decks dagegen und es macht einfach tierisch Laune und manchmal habe ich Glück und mein Deck kann so richtig durchschlagen. Sehr schön. Schöne Inspiration. Cool. Soweit zu den preiswerten Spielformaten. Wir wollen es an der Stelle dabei belassen. Wenn ihr noch andere Spielformate habt, teilt es mit uns, ja, zum Beispiel auf Twitter unter at tasty-mtg oder kommt auf unsere Homepage tastymtg.de, da könnt ihr auch unter der Folge nochmal einen Kommentar hinterlassen. Wir gehen jetzt erstmal weiter und sprechen über digitale Spielformen. Martin, wie? Du kennst die Antwort auf diese Frage. Ich muss mir jetzt nur noch die Frage überlegen. Was ist die Art und Weise, Magic zu spielen, die du wahrscheinlich am meisten und am häufigsten in Anspruch nimmst? Ist natürlich MTG Arena aktuell. Also es hat sich jetzt tatsächlich so rauskristallisiert in den letzten zwei Jahren, also auch durch Corona-Pandemie bedingt, dass man nicht mehr so viel Gelegenheit hatte, in Papier zu spielen und da hat sich halt bei mir sehr stark das MTG Arena-Spiel durchgesetzt. Es ist nicht so, dass ich mir keine Papierkarten mehr kaufe, aber es hat sich einfach gezeigt, dass um Sachen auszuprobieren, um Decks auszuprobieren, um zu draften, war für mich der Weg zur MTG Arena eigentlich ein sehr schöner, so rückblickend betrachtet auch, weil ich einfach A, mehr spielen konnte, mehr Drafts machen konnte, B, dann auch mehr Standard-Decks ausprobieren konnte, um vielleicht diese täglichen Challenges zu spielen und C, mich dann auch nicht so eingebaut habe mit Karten, die dann immer nach dem Draft übrig geblieben sind. Da hast du auf einmal so einen Stapel Karten gehabt und musstest die erstmal wegsortieren und gucken, was da dabei war. Also das war für mich dann eigentlich ein sehr schönes Erlebnis und ich habe da eigentlich gar kein Geld rein investiert in MTG Arena. Ich spiele tatsächlich diese, ich spiele, habe schon mal täglich natürlich gespielt, jetzt ist es gerade ein bisschen weniger und dann sammelt man halt diese Goldmünzen an und mit denen kann man sich dann ein Draft leisten, wenn man dann nicht so schlecht getraftet hat, dann kriegt man da diese Juwelen und mit den Juwelen kann man dann wieder mehr Drafts kaufen. Also das ist natürlich so ein bisschen auch auf, komm jeden Tag wieder und du kriegst tolle Goodies von uns. Aber ja, für mich hat es funktioniert. Also ich habe mehr getraftet und ich bin vielleicht auch ein bisschen besser geworden im Draften. Für mich war es ein schönes Erlebnis. Und ja, wir haben auch mal gegeneinander gespielt auf Arena. Mit einem anderen Freund haben wir uns auch nochmal Standard-Decks gebaut und gegen den zocke ich ab und zu. Also das macht auch sehr viel Spaß. Ja, ich spiele ja tatsächlich nicht so viel Arena, beziehungsweise nicht so viel wie du. Jetzt zum Charity-Pokal habe ich mal wieder ein bisschen mehr gezockt und es ist schon sehr convenient, muss man einfach sagen. Man kommt da rein, es sieht fancy aus, es läuft einigermaßen fluffig. Wenn man irgendwie seine geilen Constructed-Decks bauen möchte und irgendwie sich einfach ein Deck zusammenstellen will, dann ist es natürlich nicht so richtig geil, weil du musst diese Wild-Cards sammeln, die musst du dann eintauschen gegen andere Karten der entsprechenden Seltenheitsstufe. Und das kann schon sehr, sehr lästig sein, wenn man ein konkretes Format ausprobieren möchte. Bei Artisan ging das jetzt. Ich hatte einfach unfassbar viele Comments und Ancommens, Wild-Ancommens, also Wild-Cards von der Seltenheitsstufe kommen und ankommen, dankeschön, angehäuft und konnte mir da relativ easy ein Deck zusammenbauen und das dann ausprobieren. Wenn ich aber natürlich mir so ein richtig starkes Deck bauen will oder vielleicht eins mit einer speziellen Idee, was einfach mal cool ist, auszuprobieren oder so und gar nicht darauf aus ist, irgendwie viel zu gewinnen, sondern einfach irgendwie eine nette, eine nette, besondere Strategie auszuprobieren, dann brauche ich schon sehr viele von diesen Rare und Mythic Wild-Cards und ich dachte ja neulich, ich falle hinten über, als ich dieses Angebot gesehen habe, irgendwie für 50 Euro könnte man was, fünf Mythic Wild-Cards und zehn Rare Wild-Cards oder sowas kaufen, vielleicht ein bisschen mehr, aber lass es doppelt so viel sein, komm, sagen wir 20 Rares und zehn Mythic Wild-Cards ist doch absurd, für 50 Euro, what? Ja, weil da fehlt mir dann tatsächlich auch so der, 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 der Gegenwert, also das ist dann, das ist dann nett als digitales Spielerlebnis und dann kann ich auch von mir argumentieren, okay, man kann auch für einen Draft gegebenenfalls mal bezahlen und wirft dann ein bisschen Geld ein und hat dann dieses Spielerlebnis, aber dir steht halt kein Gegenwert in Form von Produkt gegenüber, also wenn, äh, wie sagt es denn den Client abschaltet oder der, der irgendwie kaputt geht, dann, dann ist, dann ist, dann hast du keine Karten in der Hand und so hast du wenigstens noch das Gefühl, du könntest hier diese Karten nehmen und damit dir ein Popper-Deck bauen zum Beispiel und damit anderweitig noch was machen oder du legst dir die schön hin oder hängst dir die an die Wand als Dekoration, aber bei digitalen Karten und da, da, da hört es für mich dann tatsächlich auch so ein bisschen auf, das nachzuvollziehen, ähm, dass dann eine digitale Karte auch so viel wert sein sollte. Ein bisschen anders verhält es sich ja bei Magic Online, darüber wollen wir auch ganz kurz zu sprechen kommen, ne, du kannst auch dich kostenlos anmelden mittlerweile, früher waren das mal noch 10 Euro, die mussten wir beide, glaube ich, auch noch bezahlen, man kriegt mittlerweile 1000 Karten for free und, ähm, standardlegale Karten for free, ja, ah ja, und, ähm, kann mit denen machen, was man will, kann auch mit denen spielen und muss dann für 5 Dollar, das ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel, muss man seinen Account quasi upgraden und kriegt dann erst alle Features freigeschalten und die Möglichkeit, ähm, sozusagen zu handeln und, ähm, auch Dinge zu kaufen. Und das funktioniert ja bei MTG, bei Magic MTGO, wie man so schön sagt, irgendwie ganz witzig, deutlich, ich habe nicht so wahnsinnig viel Erfahrung, ich habe das schon mal gemacht, ich habe auch schon über, über, ähm, MTG online gespielt, ich habe auch schon gepoppert über, über MTG online, ähm, aber es ist nicht so richtig meine Welt, aber man kann sich tatsächlich, wenn man will, ganz bestimmte Karten kaufen, man gibt da Ticks dafür aus und muss ziemlich wenige dafür ausgeben, also diese Ticks, umgerechnet in, ja, Tickets, genau, ich lese immer nur Ticks, wenn man auf diesen einschlägigen Plattformen unterwegs ist, wo einem der Wert von bestimmten Karten angezeigt wird und die Kosten im Verhältnis zum Wert von, ähm, Dollar oder Euro, ne, auf den anderen Plattformen, wo man die echten Karten kaufen kann, natürlich nur ein Bruchteil, man kann sehr, sehr schnell und noch viel, viel günstiger sich Karten zusammen kaufen, Decks zusammenstellen und mit denen auch spielen. Es gibt eine sehr aktive Community, es gibt Liegen und Drafts und, ähm, Cubes und alles mögliche, was eben Arena nicht abbilden kann und eben gerade diese uralten Formate, ne, zum Beispiel Pauper spielt man eben über Magic Online, weil es dort diese ganzen alten Karten gibt, Vintage und Modern und Legacy und auch Pioneer muss man eben über Magic Online spielen, wenn man es digital spielen möchte. Da sind alle Karten drin, also wirklich alle Karten. Ja. Und die haben da sogar neue Artworks, ne, es gibt ganz viele Karten, die digital neu gemacht wurden und neue Artworks bekommen haben. Die ganzen Moxe, äh, haben neue Artworks bekommen von Volkan Barger, wahnsinnig toll und auch eben ganz, ganz viele andere Karten, die nie so in Papier gedruckt wurden, wo ich manchmal hoffe, dass sie mal noch eine Papiervariante davon machen würden, die es natürlich nicht geben wird. Aber digital sind die Regeln eben ein bisschen anders und, ähm, ja, aber eben auch die Ökonomie, bei Arena ist sie ganz schön fies, bei Magic Online ist sie mittlerweile vielleicht im Verhältnis dazu ein bisschen ausgeglichener, aber das, der ganze Client, so wie man da spielt, das ist schon, ist schon eine recht trockene, dröge und manchmal auch eine recht komplizierte Angelegenheit, ähm, für AnfängerInnen und für Timmys wie mich, für mich ist die Hürde zu groß, jetzt zum Beispiel über Magic Online zu paupern, ich lobe mir da schon eher Spelltable mit Leuten quatschen zu können und, und irgendwie auch Fehler machen zu dürfen, ne, aber das digitale Format, das, das duldet keine Fehler. Auch wenn du die Karten natürlich dann in der Hand haben kannst, das ist natürlich dann auch schön, wenn du dann die tappen kannst und, äh, nochmal ganz kurzer Schwenk zu Arena, also das, das andere digitale Spiel, da zahlst du halt hauptsächlich mit deiner Zeit, also es ist dann weniger Geld, was du da einwerfen kannst, kannst du natürlich auch machen, aber du zahlst eher mit der Zeit und bei Magic Online, da gibt's ja dieses Free-to-Play nicht, das heißt, du kannst dir dann deine Decks zusammenstellen, kannst du natürlich dann auch gegen andere spielen, da musst du natürlich nicht jedes Mal dafür zahlen, aber wenn du zum Beispiel auch ein Draft machen willst, da musst du dann Geld einwerfen und hast dann nicht die Möglichkeit, das über, ähm, Free-to-Play-Mechanismen freizuspielen. Mhm. Früher hat man mal am Anfang noch, ähm, so Tokens bekommen, womit man so ein Phantom-Draft machen konnte, wo man die Karten nicht behalten durfte. Ich weiß nicht, ob's das noch gibt, aber wenn man anfängt, wisst ihr ja selber, wie's ist, ne, wenn man anfängt, kriegt man irgendwie die ganzen Sachen erstmal so ein bisschen hinterhergeschmissen, das heißt, um's auszuprobieren, wenn ihr's noch nicht habt, lohnt es sich definitiv. Was gibt's denn noch für digitales Spielformat? Ja, jetzt kommen zwei spezielle Sachen. Jetzt kommen zwei tolle Sachen. Okay, jetzt kommen zwei spezielle Sachen, die ich ziemlich feiere, ne. Das eine ist Chandala. Dazu machen wir mal noch eine extra Folge. Definitiv. Die ist schon, die ist schon in Vorbereitung. Dazu jetzt nur ganz kurz, das ist ein Spiel aus den 90ern und man kann quasi aus dem Jahr 97 und man kann quasi mit allen Karten spielen, die bis zum Jahr 1997 rausgekommen sind. Das ist eine geile Verbindung aus Roleplaying Game und Adventure. Ja, man läuft mit so einem kleinen Avatar über eine riesige Karte herum. Da laufen auch andere Gestalten umher und die fordern einen dann immer wieder zu Magic-Duellen raus, die man dann eben mit, ja, digitalen Magic-Karten spielt. Man sammelt sich aber auch, man kann sich dann, man spielt um Anti noch, ja, das heißt, man kann auch Karten verspielen. Man kann aber auch Karten gewinnen dabei. Man kann Dörfer besuchen, sich dort Karten kaufen. Es gibt so eine Währung, man hat Gold, man muss aber auch irgendwie Essen kaufen. Man, das große Ziel ist es dann, fünf Dungeons der jeweiligen, heißen die Dungeons oder heißen die irgendwie anders, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, der jeweiligen, in den jeweiligen Farben und fünf Schlösser der Wizards, quasi den roten, den blauen, den grünen, den weißen, den schwarzen Wizard zu besiegen und man kann sich wirklich die Power Nine erspielen. Ich kann da mit Moxen und Lotus und Ancestral Recalls und so spielen und es ist eine, es ist die blanke Freude, weil man endlich mal merkt, wie ist denn das, wenn man mit diesen ganzen alten Karten spielt, in dem Format von damals, ganz großartig, kostenlos downloadbar, ganz legal, kostenlos downloadbar auf archive.org. Man muss sich dann so ein kleines Tool installieren, was einem quasi CD-Images liest, aber dort kann man das kostenlos und legal runterladen und spielen. Es ist ganz groß und es spielt sich sehr, sehr gut auf alten Laptops. Wenn ihr irgendwo noch einen alten PC, einen alten Laptop rumstehen habt, macht das. Es ist ein, es fühlt sich an wie damals. Leider nur für Windows, ne? Ja. Selbstverständlich leider nur für Windows, wie es so immer ist bei alter Software. Genau, aber wie gesagt, mehr Details dazu und mehr Abgenörde über diese wunderschöne Pixelgrafik, die gibt es dann in einer gesonderten Folge. Das Spiel ist komplett kostenlos, ja? Wenn ihr mit Moxen und Lotussen spielen wollt, dann besorgt euch Schandala. Es gibt noch eine Möglichkeit, mit Moxen und Lotussen zu spielen und das ist Forge. Mit Forge kenne ich mich, muss ich ehrlich gestehen, nur so bedingt aus. Ich weiß, dass es davon eine Android-App gibt und ich weiß, dass es davon einen PC-Client gibt und es auch angelegt als Projekt, um Magic kostenlos zu spielen. Ich glaube, das ganze Ding ist so semi-legal entwickelt. Man kann sich aber aus dem Netz free die APK für sein Android-Gerät runterladen und das Ganze zocken und das hat so ein paar nette, coole Implementierungen. Man kann nicht immer die aktuellten und neuesten Karten spielen, da kommen die oftmals nicht hinterher, das Ganze zu programmieren. Das ist einfach frei entwickelt von Leuten, die es für umme machen. Aber die haben jetzt zum Beispiel einen coolen Adventure-Modus eingebaut, ganz ähnlich zu Chandala. Kann man auf einer Karte rumlaufen, kriegt ein Starter-Deck, kann sich neue Karten erkaufen, kann andere Leute auf einer Map battlen und ja, hat eben das Gefühl, ich habe einen Adventure. Das, was irgendwie, wenn Wizards sowas mal basteln würde, das würde sich verkaufen wie geschnitten Brot. Das macht einfach ganz große Freude und es hat ein super schönes, einfaches, simples Storytelling. Und mit Forge kriegt man das kostenlos. Wenn man ein Android-Gerät hat, auf dem PC gibt es das auch, ich weiß nicht, ob man da auch diese Adventure-Variante spielen kann. Zieht es euch mal rein. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Komplett kostenlos. Nicht ganz so offiziell, wie es Chandala mal war und sicherlich nicht so, wie es im MTG Online und MTG Arena sind. Okay, Chandala auf jeden Fall der heiße Tipp in dieser Sektion. Der heiße Scheiß. Der heiße Geheimtipp in dieser Sektion. Super, dann kommen wir mal zur Kür-Disziplin, die 17 Combat-Tricks, die du angedeutet hast. Ja. Da haben wir jetzt unsere Geheimtipps zusammengestellt, die vielleicht auch gar nicht so geheim sind und ihr die schon alle kennt, aber wir führen sie trotzdem nochmal auf. Wenn du magst, fang doch mal an. Genau, also der größte ist wahrscheinlich und das ist jetzt ein offenes Geheimnis, keine Booster kaufen, keine Boxen kaufen, sondern Singles kaufen für die Decks und die Projekte, für die ihr die braucht und nicht drauf hoffen, ah, ich kaufe mir einfach nochmal zehn Booster vom aktuellen Set, da wird schon die Mythic Rare drin sein, die ich jetzt noch brauche für mein Commander Deck und dann kaufe ich mir nochmal zehn, weil es jetzt leider doch nicht geklappt hat. Nee, kauft euch einfach die Single Rare und spart das Geld, was ihr für die Booster gekauft habt und kauft euch noch zwei tolle Länder für das Deck und dann geht es euch vielleicht besser. Also Singles kaufen ist tatsächlich der offene Geheimtipp, also das wird auch an vielen Stellen geraten, der größte Verfechter ist sicher da auch der Professor von Terrarian Community College, der ja immer dieses Booster Box Game macht und am Schluss immer sagt, seht ihr, habe ich hier diese ganzen Booster aufgemacht und für was? Für wenig Geld und kauft euch einfach die Singles, die euch gefallen aus diesem Set und das ist glaube ich auch ein guter Plan, dass man sich vielleicht nicht vom Hype immer sofort mitreißen lässt, wenn ein neues Set rauskommt, zumindest nur so weit, dass man sich die ganzen Karten anguckt, mal guckt, wie die so wirken, vielleicht auch mal ein paar Let's Plays anguckt, so mache ich es dann immer, gucke mal, ah ja, okay, so spielt sich die, das hat gut funktioniert, dann auf Arena ein bisschen spielen und dann stellt man schon fest, ah ja, das ist eine tolle Karte, wenn ich die spiele, da fühle ich mich gut, wenn ich die digital spiele und die könnte ich mir in dem Deck gut vorstellen und die kaufe ich mir jetzt, also tatsächlich sich vielleicht einen Plan machen, so eine kleine Einkaufsliste, dann nochmal drüber schlafen, nochmal drüber gucken und dann bestellen. Ich weiß, es ist total schwer, weil man denkt dann, oh, jetzt ist die Karte noch so günstig und wenn ich jetzt nicht kaufe, dann kriege ich sie nie wieder, aber ja, in der Regel, Zeit hilft dann manchmal auch, dass eine Karte wieder günstiger wird, nochmal reprintet wird und dann kann man sich dann auch eine Single nochmal kaufen. Du hast es schon gesagt, don't believe the hype, weil ich finde ja, das ist ja ein riesiges Thema, jeder will natürlich möglichst preiswert die Singles kaufen und irgendwann womöglich möglichst teuer verkaufen, ist ja so ein bisschen Aktienhandel, wann kann ich kaufen, wann die möglichst preiswert sind, wenn wir schon über die Kosten sprechen und was ich immer wieder feststelle ist, dass gerade aus den aktuellsten Sets gibt es immer wieder super viele Karten, die einfach nicht gehypt werden, die niemand so richtig auf dem Schirm hat, wo man aber so ein bisschen das Gefühl hat, ey, das ist aber eine coole Karte, irgendwie hätte ich Bock die zu spielen, irgendwie ist die cool und nicht selten ist es der Fall, dass diese Karten dann später von einer größeren Gruppe auch entdeckt werden und dann plötzlich im Preis nach oben gehen und das entdecke ich bei neuen Sets aktuell vor allem immer wieder, es kommen so viele Karten raus, dass viele Leute das nicht mehr überblicken können und auch nicht so richtig einschätzen können, welche Karte ist denn jetzt riesengroß? Ein Beispiel, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist der Academy Manufactor, weil den habe ich nämlich letztes Jahr in mein Drei-Frage-Zeichen-Deck eingebaut, ich habe den für ein paar Cent gekauft, der hat wirklich nicht viel gekostet und jetzt ist der, ich habe jetzt gerade mal diesen MTG Stock Market vor mir, mdgstocks.com, da sieht man die amerikanischen Preise abgebildet, ich gucke mal, kann man hier auch die Card Market Preise abbilden, also in Deutschland ist er noch nicht sehr teuer geworden, aber in Amerika ist er jetzt mit New Capanna quasi hochgegangen von, es waren mal so 2 Dollar ungefähr auf 6 bis 8 Dollar, gerade aktuell ungefähr und es ist eine Karte, ich lese sie mal kurz vor, die kostet, ist eine Rare Academy Manufactor, kostet 3 generische Mana, ist eine 1.3, Artefakt Kreatur, Assembly Worker, ich lese es kurz auf Englisch vor, if you would create a clue, food or treasure token, also einen Hinweis, einen Speise oder einen Schatzspielstein, instead create one of each, also mach am besten, mach dann einfach eins von jedem, wenn du einen dieser Spielsteine erzeugen würdest. Und der war ganz cool und der passte halt mega gut in meinen 3-Frage-Zeichen-Deck rein, jetzt habe ich ihn reingebaut und jetzt muss ich ihn wahrscheinlich rausnehmen oder irgendwas anderes dafür rausnehmen, weil er das Budget sprengt, der ist plötzlich hochgegangen. Also manchmal können einfach Karten mit anderen Sets wiederum plötzlich den Wert steigen lassen oder manchmal werden Karten einfach sehr, sehr spät entdeckt oder irgendein Podcast, da weist auch darauf hin, irgendjemand Großes und plötzlich steigen Karten im Wert. Also es lohnt sich einfach, ja, aufs Bauchgefühl zu hören beziehungsweise die Karten zu holen, die man gern für sein Deck haben möchte, auch wenn sie nur ein paar Cent wert sind, auch wenn sie niemand gehypt hat und auch wenn irgendwie Leute sagen, ja, die ist doch gar nicht so gut, einfach mal ausprobieren, gerade bei den Karten irgendwie, die preiswert sind, denn es gibt genügend Rares, die kosten so viel wie Commons. Es gibt auch einen YouTube-Kanal, Jumbo Commander, der war auch schon mal zu Gast bei der Command Zone und der macht tatsächlich immer vom Ende von so einem Set-Cycle, also bevor das Set rausrotiert aus Standard und dann eben auch nicht mehr gedruckt wird, macht der nochmal so eine Übersicht, was da eigentlich für gute Karten drin sind, die man jetzt vielleicht noch günstig kaufen könnte. Also das ist auch noch meine Empfehlung, dass man da nochmal sich diese wirklich sehr kurzen Videos anguckt. Da empfehlen dir nochmal so ein paar Karten, immer zum Ende von so einem Set, bevor es eben nicht mehr gedruckt wird und da kann man auch nochmal ganz gute Tipps bekommen und vielleicht auch Inspiration für die eigenen Decks. Ja, voll die schöne Idee. Ansonsten ist es natürlich ein riesiges Thema und es gibt wahnsinnig viele Plattformen und Kanäle, die genau nur darüber sprechen, wie man billig kauft und hoch verkauft. Buy low, sell, high. Heißt das so? Sagt man so? Klingt auf jeden Fall nach einer guten Strategie. Ja. Also tief kaufen und high verkaufen. Ja, gilt für ganz viele Sachen. Aber eben auch für Magic Singles. So, aber was ist denn nun, wenn ich jetzt keinen Bock habe, mir Singles zu kaufen, sondern ich einfach mega Spaß habe am Booster-Rippen? Es ist ja einfach auch so, das Knistern allein belohnte einen ja schon und man will natürlich auch das Ding wirklich aufreißen. Was kann ich denn da tun, Martin? Was kann ich tun? Ich brauche es. Dann kaufst du dir für ein Euro eine Rolle Tesafilm und nachdem du den Booster aufgemacht hast, klebst du den Booster wieder zu und nein, also die Idee, der dahinter steht, ist tatsächlich aus diesem sehr, sehr schönen Erlebnis des Booster-Öffnens mehr rauszuholen. Also was macht man in der Regel, wenn man einen Booster öffnet? Warum macht man den auf? Also man sitzt vielleicht abends da und denkt, Mensch, jetzt mache ich mir noch einen Booster auf. Dann ist es die Krönung des Tages. Und dann gucke ich mir als erstes natürlich die Rare an, bin enttäuscht, weil das irgendwie nur die 1 Euro Rare ist. Dann kommt der Booster in den Karton und dann mache ich den nächsten Booster auf. 1 Euro, das wäre schon mal ganz nice. Meistens hast du natürlich die 10 Cent Mythic drin. Ja, genau. Also die Idee hinter dieser Kategorie ist jetzt auch so ein bisschen das Erlebnis des Booster-Öffnens mit mehr Value anzureichern. Also was kann man machen, wenn man den Booster aufmacht? Man kann natürlich, wie bei guter Schokolade, die man natürlich auch nicht einfach so reinschlingt, sondern man genießt natürlich jedes Stück auf der Zunge zu gehen. Und so macht man das mit dem Booster auch. Würde ich sagen, oder? Also ich hatte mir einmal dieses Set-Booster gekauft von Sandika und da habe ich mich dann wirklich hingesetzt und habe das so schön durch. Ich habe es gelutscht. Nicht beißen, lutschen, sage ich auch immer. Da hat nur niemand drauf. Gerade bei der Booster-Verpackung kann man da ganz viel Value draus ziehen. Nein, also wirklich auch, wie du gesagt hast, also diese Comments auch wirklich anzugucken und, also es soll jetzt nicht so esoterisch klingen, dass man jetzt jede Karte hier einzeln huldigt, aber wirklich sich bewusst macht, dass da halt 15 Karten drin sind und sich vielleicht auch mal mit einem anderen Blick auf diese Karten zu gucken und sagen, Mensch, könnte das was sein für mein Pauper-Deck oder könnte das sein, was für mein Artisan-Deck. Genau, also es sind halt 15 Karten drin und alle erfüllen unterschiedliche Zwecke. Und wenn ihr jetzt gerade auf der Suche nach Rare seid, dann erfüllt die natürlich einen höheren Zweck als jetzt die Comments. Aber da sind eben ganz viele verschiedene Werkzeuge und ganz viele verschiedene Spielsteine eben drin für verschiedene Anwendungen im Magic-Universum. Klar, selbst wenn man einfach mal so ein Ding aufreißen will, kann man sich das mit irgendwie kleinen Minigames auch irgendwie versüßen, Kartenraten machen oder so. Und ich lese einen Titel und kann nicht mich erinnern, was die Karte tatsächlich konkret macht. Oder ich lese nur einen Anfangsbuchstaben oder ich sehe nur eine Farbe oder nur die Sammlernummer oder irgendwie sowas. Das kann schon ganz witzig sein. Da hast du halt null Spielwert, aber du kriegst zumindest das Booster-Ribbon irgendwie nochmal aufgewertet. Genau, Minigames hat ja Magic auch selber welche entwickelt, die halt mit ein oder zwei oder drei Boostern gespielt werden können und jetzt nicht draft sind. Da gibt es eben auch diese Magic-Minigame-Karten, die verlinke ich euch in den Shownotes. Die habe ich heute nochmal geguckt. Da gibt es tatsächlich eine Scribe-Fold-Suche, wie man die finden kann. Die Suche ist stdoppelpunkt funny tdoppelpunkt card. Keine Ahnung. Habe ich heute nochmal im Scribe-Fold-Discord-Server gefragt, hey, wie sucht man denn eigentlich nach diesen Magic-Minigame-Karten? Und da kam das als Antwort zurück. Und da gibt es mittlerweile eben stdoppelpunkt funny? Nee. stfunny, ja. Okay. Und tdoppelpunkt, also type card. Witzig. Witzig, witzig. Witzig, gell? Interessant. Interessant und witzig. Und da gibt es eben tolle kleine Spiele. Manche sind ein bisschen albern, aber manche sind auch sehr lustig. Also man kann zum Beispiel auch Domino spielen, habe ich heute gelernt. Das heißt dann im Magic-Universum Dominarios. Verstehst du? Wegen Dominaria. Und genau, da gibt es dann hinten eine Anleitung, welche Karten wie zusammengelegt werden können. Also welcher Teil der Karte, an welchen anderen Teil der Karte angelegt werden kann, um damit so eine Art Domino zu spielen. Ja, manches ist ein bisschen weit hergeholt, aber manches ist auch witzig und erhöht auf jeden Fall den Booster-Öffen-Spaß. Yes. Dann natürlich, hey, Leute, das Spiel-Pre-Releases. Das macht mega Spaß. Klar, ihr müsst relativ viel Geld investieren, wenn ihr so wollt, ne? 30 Euro kriegt dann, oder 25 vielleicht, kriegt sechs Booster und zwei Preis-Booster, die mittlerweile leider nur Set-Booster sind, aber immerhin kriegt man mit dazu. Und man kann daraus noch so viel mehr Value rausziehen. Was ich ganz cool finde, ist, wenn man nach dem Spielen einfach mal, oder nach diesem Abend, wo man dann drei Spiele macht, einfach mit seinen Kumpels nochmal Decks tauscht. Oder man tauscht die Pools, ne? Und sagt, her, baue du jetzt mal was aus dem Pool und ich baue mal was aus deinem Pool und spiele damit gegeneinander nochmal. Das sind alles so Sachen, die finde ich richtig, richtig cool. Würde ich gern mehr machen. Meistens fehlt dafür dann leider die Zeit, aber man kann, wenn man das möchte, aus diesen sechs Boostern, die man im Ziel spielt, von denen man dann automatisch eben sehr viel nicht spielt, kann man noch viel mitmachen. Da würde ich kurz reingrätscht und noch mal, noch nicht mal challengen. Fehlt tatsächlich die Zeit oder hast du dann nicht viel mehr Lust, diese Zeit mit anderen Magic-Produkten und Spielen zu füllen, die dann schon wieder angekündigt werden sind? Weil es fehlt ja eigentlich nicht die Zeit. Also wir könnten ja sagen, wir spielen jetzt einen Monat lang nur mit den Pre-Release-Karten aus dem Deck. Und das wäre vielleicht auch gar nicht so doof, weil dann könntest du die Karten nochmal ganz anders kennenlernen. Aber du bist dann wieder schon so gehypt von, Mensch, jetzt muss ich aber noch den Rath spielen und jetzt muss ich aber noch die Commander-Decks aus diesem Set spielen. Und dieses Pre-Release-Deck, das hat man jetzt schon so verinnerlicht, das taugt eben anscheinend nur für einen Abend und dann muss man aber schon was anderes spielen. Weil ich glaube, es liegt nicht an der Zeit, es liegt eher so an dem gemeinsamen Verständnis, vielleicht auch in der Playgroup zu sagen, jetzt spielen wir einfach einmal einen Monat nur mit unseren Pre-Release-Decks. Bis es wirklich langweilig geworden ist. Ja, die Playgroup muss mitmachen, definitiv. Und, also, hallo, Grüße an meine Playgroup gehen raus. Wenn jemand Bock hat, das so zu spielen, ich bin auf jeden Fall dabei. Leider ist es so, dass in letzter Zeit kaum jemand überhaupt ein Pre-Release spielt, so, wenn es nicht im Laden ist. Und das finde ich ein bisschen schade. Also ich hätte da definitiv Bock drauf. Man kann ja sogar sagen, hey, wir nehmen unsere Pre-Release-Decks, öffnen dann später noch unsere zwei Preis-Booster und können die noch mit reinbauen. Und selbst wenn es Step-Booster sind, kann man damit dann noch ein besseres Deck bauen. Also es gibt eine Million Möglichkeiten, damit coole Sachen zu machen. Und Martin, wenn du Lust hast, mal wieder ein Pre-Release zu spielen, bitte sei mein Post-Pre-Release-Challenge-Partner. Das fand ich nämlich auch schön tatsächlich. Also zu Kaltheim hat es ganz gut funktioniert, fand ich, so rückblickend. Teilweise lagen dann aber auch das gebaute Deck sehr lange rum. Und da muss man dann tatsächlich vielleicht auch mit der Playgroup noch mal in Kontakt drehen und sagen, hey, Mensch, ich will auf jeden Fall dieses Deck gegen alle von euch einmal spielen. Und das fand ich schön. Und wo es sehr gut funktioniert hat, rückblickend, fand ich bei uns mit Commander Legends, wo wir dann wirklich auch immer noch mal neue Booster dazu gestellt haben, dazu geöffnet haben und diese Decks angereichert haben. Unendlich lange Spiele, aber das hat gut funktioniert, das stimmt. Wo ich mich immer gefreut habe, wenn ich noch so einen Bürger aus der Eichenallee aufgemacht habe oder jemand von euch die Küstenmarodeure noch mal aufgemacht hat. Die Küstenmarodeure? Die Küstenmarodeure. Die haben einfach das Spiel beendet. Die haben einfach das Spiel beendet, klinglicherweise. Die beenden gebildet jedes zweite Spiel, aber immer noch. Ja. Aber genau, also das zeigt einfach, ich habe auch mal eine Zeit lang im Laden, habe ich zu Zeiten von Amon Cat, habe ich an der Liga teilgenommen, wo du quasi jede Woche in den Laden gehst. Dann kriegst du einen neuen Booster, kannst dein Deck aufwerten. Ja. War auch ein sehr schönes Spielerlebnis, weil du halt quasi mit einem zusätzlichen Booster die davor bestehenden Booster noch mal aufwerten konntest. Also du hast quasi mehr fürs Geld bekommen. Ja, ich habe in der Vorbereitung auch eine kleine Umfrage bei Reddit gestartet, mal wieder. Und einer hat mir auch empfohlen, hey, mach doch einfach, du und ein Kumpel, ihr kauft euch zusammen eine Box mit Boostern. So, jeder macht, ihr macht jeder ein Sealed-Deck und so weiter und dann teilt ihr euch die Box und jeder macht jede Woche einen weiteren Booster auf, baut die ein und spielt die gegeneinander. Genau das, was du gerade beschreibst. Und ihr werdet sehen, ihr werdet unfassbar viel Value aus all diesen Karten rausbekommen. Shiftet irgendwann, baut immer wieder eure Decks um so, shiftet die Farben, spielt mal komplett andere Decks zwischendrin, also baut nicht nur das eine und dasselbe Deck aus und dann hat er mir das so vorgerechnet, habt so und so viele Wochen Spielspaß aus einer Booster-Box, die kostet so und so viel, das rechnet sich doch voll. Und ihr habt Booster-Gript und ihr habt Karten von dem neuen Set und so weiter, bla bla bla. Ja, und diese Commander Kompass macht ja auch diese Kompass-Liga, die ja quasi genauso läuft, wo halt jeder Teilnehmer selbst ein ganzes Display mitbringt und sich dann Stück für Stück quasi daraus ein Commander-Deck baut. Das ist natürlich auch wieder eine Sache. Da bin ich auch wieder erinnert worden durch Jochen vom Commander Kompass, der ja auch mal bei uns zu Gast war und über Schwarz gesprochen hat, dass als wir angefangen haben zu spielen, meine Freundin und ich auch uns die Farben aufgeteilt haben und sie eben schwarz-rot oder rot-grün, glaube ich, gespielt hat und ich weiß-blau und dann war irgendwie eine Farbe, die haben wir dann irgendwie beide gespielt, aber so konnten wir dann quasi auch relativ schnell die Karten auseinander dividieren, die wir geöffnet haben aus den Boostern und klar konnte dann nicht jeder alles spielen, was er vielleicht gerne spielen hätte wollen von den Karten, aber auch wieder dieses Limitation bringt Kreativität zum Vorschein. Man sagt dann eben, okay, jetzt habe ich diese Karten hier und mit denen darf ich jetzt spielen, also die Einschränkungen sind quasi die Farben und man kriegt dann quasi mehr aus einer Box raus. Also für zwei Leute in dem Fall. Ja, definitiv. Jetzt gibt es natürlich nicht nur Booster, die Wizards uns verkauft, sondern Wizards verkauft ja auch offizielle Produkte. Da gibt es bestimmt auch welche, wo man sagen kann, hey, wenn du einsteigen willst und nicht viel Geld ausgeben willst, dann kauf doch mal das. Was fällt dir da so ein? Also da gibt es eigentlich nur so richtig ein Ding, was ich empfehlen kann und zwar sind es diese Commander Precons. Da passt zumindest das Verhältnis von das, was an Wert von Einzelkarten drinsteckt zu dem, was ich dann kaufe, steht in ganz gutem Verhältnis. Stimmt. Die werden auch teurer, die sind ja, ich meine, sonst haben die immer so, wenn man sie zusammen im Case gekauft hat, waren sie bei 25 Euro im Laden, dann vielleicht so 30, 35, die kosten ja jetzt ja eher 40. Es gab zwischendrin auch mal Preiswerte, die so 20 gekostet haben. Ganz kurz. Die hat man dann sogar, habe ich gesehen, bei Fantasywelt.de konnte man die für 10 Euro kaufen. Da habe ich sogar mal kurz dazu getwittert. Das sind schon coole Dinger. Da kann man sofort mit losspielen. Man hat eine super Grundlage, wenn man die upgraden will, ausbauen will, wie auch immer. Und es sind halt einfach super viele Karten und wie es immer so ist, wenn man sich viele Karten kauft, hat man eben gegebenenfalls eben auch viele Versandkosten. Und wenn man die sich einmal so zusammenholen kann oder man holt sich zwei und baut die zusammen. Also ich habe zweimal, ich hatte mal zwei Decks geholt, die sich so um Enchantments drehten und habe noch ein paar eigene Karten reingebaut und konnte plötzlich ein ganz neues, ganz eigenes, cooles Deck irgendwie drum bauen und habe am Ende trotzdem noch deutlich weniger ausgegeben, als ich es hätte tun sollen, wenn ich die Karten einzeln gekauft hätte. Und die sind auch sehr solide in der Qualität, also in der inhaltlichen Qualität. Also da gibt es kaum ein schlechtes dabei, zumindest aus den letzten ein, zwei Jahren, bevor die Qualität immer so ein bisschen geschwankt, je nach Jahr. Aber seitdem die wirklich zu jedem Set rauskommen, gibt es eigentlich kaum schlechte Commander Decks da drin. Da könnt ihr euch wirklich eins aussuchen, was euch liegt und guckt auch gerne mal bei den alten rein. Also aus den alten Sets, die kommen jetzt tatsächlich zu jedem Set raus und vor ein, zwei Jahren gab es auch schon gute Commander Decks, die sind vielleicht auch ein bisschen günstiger mittlerweile. Also guckt auch gerne mal zurück und es muss nicht immer das Neueste sein. Und vielleicht gibt es sogar noch welche von diesen 20 Euro Decks, die waren auch super. Auf jeden Fall. Fällt dir noch ein anderes Produkt? Oder wollen wir einfach weitergehen? Ich glaube, es gibt so viele Produkte und heute ist ja auch so ein bisschen, wir haben ja auch so ein bisschen so einen kleinen rebellischen Anspruch heute, so Dinge, Tipps zu geben, die quasi nicht so diesen Standard, ich kaufe mir Magic Sachen und spiele mit den Magic Sachen sind, sondern die so ein bisschen das ganze Ding auch umschiffen wollen. Wir machen ja so schon genug Werbung für Magic und wir geben natürlich auch genügend Geld dafür aus. Genau, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mein Commander Deck habe und sage, ich möchte das jetzt aufwerten und habe jetzt so ein paar Karten im Blick, bin mir aber noch nicht sicher, wie ich vorhin gesagt habe, kaufe ich mir jetzt diese 150 Euro Karte und gewinne dann jedes Spiel? Nein, das mache ich natürlich nicht, sondern ich probiere erstmal aus, ob es funktioniert. Und da kann man sich, das ist vielleicht so ein bisschen, manche rümpfen da jetzt die Nase drüber, aber zum Ausprobieren ist es auf jeden Fall super, sich erstmal ein Proxy zu drucken. Also einfach die Karte sich auszudrucken oder auf ein Papier erstmal den Namen zu schreiben, wenn es jetzt irgendwie ganz low-cost sein soll und zu gucken, okay, jetzt hätte ich diese Karte gezogen, würde die mir jetzt in dem Moment was bringen und macht es jetzt Spaß mit dieser Karte zu spielen? Ich finde es absolut okay, ehrlich gesagt. Aber auch, weil es so viele Artists gibt und coole Leute, die Kunst machen, die sie dann halt in Magic-Kartenform bringen. Und das finde ich ganz, ganz toll, weil das einfach das Spektrum auch nochmal erweitert. Und mittlerweile gibt es ja auch super viele, ich weiß nicht, super viele, aber die ersten Artists, die quasi mit den Wizards auch direkt zusammenarbeitet, um eigene Secret Lairs mit deren Artworks zu erstellen. Was ich wiederum ganz witzig finde. Und was zeigt, hey, es gibt einfach super viele coole Leute da draußen, die mögen Magic, die sind Künstlerinnen und Künstler und können coole Sachen machen und die bringen das Ganze eben zusammen. Und einen, den wir kennen, mit dem wir auch schon ein paar Mal gespielt haben, möchte ich an der Stelle auf jeden Fall erwähnen und euch allen empfehlen, ist Tim Gettke. Der hat auch eine ganz tolle Twitter-Seite, wo er immer wieder seine Sachen postet und auch eine Website, die ihr dort erfahren könnt. Und da könnt ihr euch diese Karten, ja, könnt ihr dem schreiben und dann könnt ihr die auch bekommen. Man verkauft die ja quasi nicht, man darf die nicht verkaufen. Alters oder direkt Proxys? Proxys macht der. Ja. Also Altern ist ja nochmal eine andere Sache. Das heißt ja sozusagen, bestehende Karten zu nehmen und die zu verändern mit verschiedenen auch analogen, physischen Techniken quasi, zu bemalen, zu bekleben, wie auch immer. Der macht richtige Proxys. Das heißt, der macht eine komplette Karte selbst, malt die quasi, hat seinen eigenen coolen Style, den ich euch empfehlen kann. Und wir dürfen das empfehlen, weil nochmal ein Callback zu unserem Kennenlernen. Wir kommen ja beide aus der DDR und wir hatten ja keine Westspiele. Das heißt, wir mussten uns quasi alle Westspiele selber nachmachen. Und ihr habt sogar ein Projekt daraus gemacht, nachgemacht. Können wir auch nochmal verlinken. Das ist, glaube ich, noch irgendwo online. Das gibt es noch, ja. Das gibt es noch. Und genau, also ich weiß noch, mein Papa hat uns mal Monopoly nachgemalt, damit wir einfach auch Monopoly spielen konnten. Und genau in diesem Spirit sind eben auch diese Proxys zu sehen, aus unserer Sicht. Also, für uns okay. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ne. Was Tim gemacht hat zum Beispiel, der hat Proxys gemacht für den Duel Lands. Ich meine, für die musst du halt ein paar hundert Euro ausgeben, um mit denen zu spielen. Und manchmal geht es auch darum, einfach mal auszuprobieren, wie gut sind denn diese gehypten Power9? Spielen die sich überhaupt so gut? Warum sind die so gut? Was machen die denn, was andere Karten nicht können? Das kann man mit Chandala machen, um das auszuprobieren. Aber man kann es auch einfach sozusagen sich diese Karten mal anfertigen. Oder eben diese Artworks, die es nur online gibt und nicht auf Papier, die einfach mal sich auszudrucken. Darf man, glaube ich, offiziell gar nicht. Aber wenn man es nur für sich tut, sollte man es einfach mal machen oder mal ausprobieren und damit mal rumzuspielen. Und es ist ein Spiel. Es geht ums Rumspielen, ums Ausprobieren. Und stimmt es vorher natürlich immer ab mit eurer Playgroup, ob die das in Ordnung findet, wenn ihr Proxys macht. Stimmt es ab, wenn ihr in den Laden geht. Da sind die oftmals nicht erlaubt. Bei den ersten Turnieren sind sogar schon Proxys erlaubt. Aber ja, muss man natürlich vorher checken, damit man dann niemanden auf den Schlips tritt. Denn genau, für manche ist es nach wie vor nicht okay. Das respektieren wir natürlich. Aber hey. Genau. Ist magic. Wie gesagt, sonst schreibt einfach nur den Namen drauf. Hier, das ist jetzt das ist jetzt der Black Lotus. Ich habe neulich von der Story gehört, wo irgendjemand auf eine relativ wertvolle Karte auf die Rückseite quasi ein Proxy drauf gemalt hat von einer wesentlich billigeren Karte. Das ist gut. Das ist Rock'n'Roll. Das ist Rock'n'Roll. Genau. Ja, ansonsten könnt ihr natürlich auch eure eigenen Formate erfinden und sagen, hey, wir spielen jetzt einfach nur noch mit Karten, die ein A im Titel haben. Auch schön. Wie großartig. Warum sind wir da noch nicht drauf gekommen vorher? Ja, also wie gesagt, lasst euch nicht einreden, dass jetzt nur offizielle Formate und turnierlegale Formate die richtige Art von Magic sind zu spielen, sondern überlegt euch einfach tatsächlich im Stile dieser Minigames oder sagt, hey, wir machen jetzt zwei Booster auf und wir gucken mal, was wir damit spielen können. Oder wir spielen jetzt nur mit fliegenden Kreaturen. Also es gibt tausend Möglichkeiten. Du guckst doch komisch. Das klingt voll im guten Format. Das ist ein volles gutes Format. Wir spielen nur mit Kreaturen, mit Banding. Ja. Also lasst eure Kreativität fein laufen. Also hast du schon mal ein Format erfunden? Lass mich mal überlegen. Bestimmt. Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. War nichts Gutes. Okay. Ziel für 2022, eigenes Format erfinden. Schreibe ich gleich mal auf die Liste. Oh yes. Ich wollte mal ein Format erfinden mit diesen Tipp-Cards, weißt du? Mit den Karten, die in einem Booster sind, die nichts machen. Ich bin aber noch nicht drauf gekommen, was das sein könnte. Mit diesen Ersatzkarten auch. Ja. Oder mit diesen Ersatzkarten auch, Genau, die habe ich auch gesammelt. Mit diesen Dual-Karten. Ja, die nehmen überraschend viel Platz weg, ja. Und ich würde sagen, damit belassen wir es dabei. Wenn ihr noch ganz viele Tipps und Tricks und Hinweise habt, die ihr uns noch mitgeben wollt, hinterlasst uns einen Kommentar. Ich sage es nochmal, auf Twitter unter auf unserer Homepage tastymtg.de, einfach unter der aktuellen Folge, könnt ihr Kommentare schreiben. Was ist euer Tipp? Was ist euer Trick? Was ist euer bester Kniff, für wenig Geld, maximalen Spielspaß, Magic-Spielspaß zu haben? Mein großer Spielspaß ist zurzeit, mit Pauper, kommt auf den tastymtg-Discord-Server, hier in der Folge verlinkt, oder auf unserem Twitter-Profil oben. Kommt drauf und ihr könnt sehr gerne mal dieses Format ausprobieren. Ganz dördelig oder mit einem Tier-1-Deck, ganz wie ihr wollt. Wir sind offen für alles und es sind schon sehr viele sehr, sehr coole, nette Menschen da. Und es ist kein sehr stressiger Discord. Also ihr müsst nicht mit jeden Tag 50 Nachrichten lesen, versprochen. Und ich finde auch, nochmal so zum Abschluss, dass man muss sich jetzt nicht schlecht filmen und sagt, ich möchte nicht so viel Geld für Magic ausgehen. Danke, ja, schön, dass du nochmal sagst. Stimmt, sag mal, ja, ja. Und ich kann das Spiel nicht richtig spielen und ich fühle mich irgendwie als Spieler zweiter Klasse, wenn ich jetzt nicht das 100-Euro-Deck mir kaufen kann. Nee, es ist eigentlich gerade andersrum, dass die kreativen Ideen, und das finde ich nach wie vor einen der wahrsten Punkte, entstehen, wenn man Limitationen hat, ob man sich die jetzt selber setzt oder ob die vorgegeben werden, völlig egal. Wenn ich mir alle Karten jederzeit kaufen könnte, ist auch so ein bisschen egal. Dann kann ich sagen, ja, okay, das ist das tollste Deck anscheinend oder das ist das teuerste Deck, aber macht's jetzt mehr Spaß, als wenn du jetzt mit deinem Pauper-Deck gewinnst und sagst, hey, jetzt krieg ich aus dieser Katze hier von Ravnica krieg ich jetzt noch eine Karte raus und das hat mir in dem Moment das Spiel gerettet. Der Spielerfolg ist genauso schön, wie wenn ich am Schluss mit einer tollen Mythic Rare, die 50 Euro gekostet hat, das Spiel gewinnert. Und genau, also lasst euch nicht einreden, dass ihr viel Geld haben müsst, um Magic zu spielen. Startet, wenn euch das Spiel Spaß macht, startet mit Pauper und wenn ihr sagt, okay, jetzt hab ich ein bisschen Geld übrig, dann kaufe ich mir vielleicht noch eine tolle Karte, aber ihr müsst es nicht machen. Don't believe the hype. Ja. Und mit diesen Worten gibt's jetzt den Nachtisch, eine Nachspeise und zwar servieren wir heute Arme Ritter. Und das ist schon mal so ein kleiner Ausblick auf die oder eine der nächsten Folgen, die wir machen werden, denn es kommt ein neues Set raus. Natürlich kommt ein neues Set raus und zwar kommt Baldur's Gate raus. Eins ist sicher. Genau. Das ist nicht die Rente. Das neue Magic-Set. Oder ein neues Magic-Set. Genau. Commander Legends Nachfolger-Set in diesem Jahr hat Dungeons & Dragons wieder als Thema. Das wird noch mal, das wird vielleicht auch öfter jetzt, hab ich jetzt, glaube ich, auch schon mal gelesen, immer wieder. Heißt das einfach nur Baldur's Gate? Kampf um Baldur's Gate. Kampf um. Battle for Baldur's Gate. Also spielt auch wieder in den Vergessenen Reichen in der Stadt Baldur's Gate, Baldur's Tor. Und ich hatte ja schon angekündigt, dass ich als neuer D&D-Fan mir dieses Set zusammen mit Unstable dieses Jahr oder nee, wie heißt es, Infinity dieses Jahr meine, meine, meine hart verdienten Euros da reinlegen werde. Hart zusammengesparten Euros. Genau, aber um dieses D&D-Set auch noch mal zu würdigen, werden wir eigentlich eine Sendung dazu machen. Und ich spiele ja gerade ein D&D-Abenteuer, das heißt The Wild Beyond the Witchlight. Das spielt in der Feenwildnis und es gibt es leider, leider nicht auf Deutsch. Die Veröffentlichungspolitik von Dungeons & Dragons Büchern ist so ein bisschen komisch. Also erst wurde es lizenziert, da wurden manche Bücher in Deutsch von Ulysses, wurden die herausgegeben. Dann hat Wisserts gesagt, nee, das machen wir jetzt alles selber und jetzt gibt es aber manche Übersetzungen nicht mehr und jetzt kommen so nach und nach einzelne Bücher als Übersetzung raus. Aber der ist nicht so wie bei Magic, zack, hier, neues Buch, gibt es in allen Sprachen, sondern es rollt so langsam an. Ich glaube, das wird noch stärker werden in den nächsten Jahren. Auf jeden Fall, dieses Abenteuer gibt es nicht auf Deutsch. Aber die Leute spielen ja auf Deutsch, ne? So, die, man quatscht ja die ganze Zeit, ne? So, es ist ja nicht wie bei Magic, wo du halt spielst und dann liest du manchmal einen englischen Kartennamen vor, sondern man unterhält sich ja die ganze Zeit auch auf Deutsch und man muss ja so ein bisschen spielen, oder? Genau, und der Dungeon Master spielt ja irgendwie alle anderen Rollen außer den Spielercharakteren und dann haben die Nichtspielercharaktere, die der Dungeon Master verkörpert, natürlich auch alle wichtige Infos zu transportieren. Manche haben irgendwie Rätsel, manche sprechen in Reimen. Dann haben die alle irgendwie lustige Namen in dem Abenteuer und ich fand das irgendwie so ein bisschen schwierig, mit Denglish da irgendwie an die Spielergruppe ranzutreten. Und da habe ich mich jetzt über den Winter hingesetzt und habe mir dieses Buch genommen, einen Textmarker und einen Stift und habe quasi alles, ich bin alles durchgegangen, habe mir so Notizen gemacht, habe gedacht, ah, wie könnte der Charakter jetzt im Deutschen heißen? Wie könnte dieses Rätsel so im Deutschen funktionieren? Dieses Wortspiel, wie würde das ins Deutsch übertragen werden? Da hatte ich total eine kindliche Freude daran, das zu übersetzen. Bist du geil. Und bin dann in Kontakt gekommen tatsächlich auf der Recherche nach noch anderen Übersetzungen mit einem Blog, einem sehr tollen deutschen Magic-Blog. D&D-Blog. D&D-Blog, genau. Ja. heißt D&D-Deutsch, haben auch ganz tolle Tools, also Charakterbögen zum Ausfüllen auf Deutsch im PDF-Format und eben auch einen Übersetzer, wo man dann eben eingibt hier, das ist der Spell auf Englisch. Ah, der steht im deutschen Handbuch, steht er auf der Seite und heißt so. Also ganz tolles, ganz tolles Blog. Und mit dem bin ich in Kontakt gekommen auf Twitter und habe eben gesagt, ja, ich bereite gerade hier The Wild Beyond the Witchlight vor und übersetze es so auf Deutsch. Und meinte, hey, willst du da nicht einen Blogartikel, einen Gastbeitrag schreiben? Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich gerne. Und wir machen jetzt über das Lauf des Jahres für jedes Kapitel gibt es jetzt einen Blogbeitrag und der erste ist jetzt erschienen. Gab es auch schon ganz schönes Feedback. Also ich habe da alles hingeschrieben, hier, das heißt jetzt so und dieses Wortspiel heißt so und dieses Rätsel, diesen Reim habe ich so übersetzt. Und kam wirklich tolles Feedback und es hat sehr viel Spaß gemacht, das für mich nochmal aufzuschreiben und hat mich auch sehr gefreut, dass es anscheinend anderen auch geholfen hat und sie es vielleicht auch als Inspirationsquelle nehmen konnten, um zu sagen, hey, das funktioniert bei uns jetzt nicht so, aber ich wandle das so ein bisschen ab bei uns. Also lest das gerne mal, wir verlinken das und ja, ihr kennt es ja von uns, wir gucken sehr genau auf deutsche Übersetzungen und wie Sachen griffig übersetzt werden können und was nicht gut funktioniert und ja, ich habe versucht, diese Diskussion, die ich auch mit dir geführt habe, da nicht zu vergessen und einfließen zu lassen in meine Übersetzungsanleitung. Ist keine offizielle Übersetzung des ganzen Abenteuers, sondern eher nur von Elementen daraus, aber ja, genau. Du bist einfach ein Feinstmann. Ja. Ein Wohltäter. Ja, ich finde es schön, wenn man auch mal in der Community was zurückgibt. Fand das sehr viel Spaß gemacht. Nicht schlecht, Herr Specht. Voll gute Sache. Und klar, ne, du machst das für dich und deine Playgirl, aber ich finde es so cool, dass du das teilst und diesen Blog gefunden hast, der das Ganze auch schön verbreiten kann und multiplizieren kann irgendwie, sodass jetzt viele andere in den Genuss kommen von deinen coolen Übersetzungen. The Witchlight hast du mit Schummerlicht übersetzt. Genau, habe ich ganz lange überlegt, weil es gibt eben auch zwei Charaktere, die heißen Mr. Witch und Mr. Light. Das heißt, die bilden quasi dieses Paar Herr Hexe und Herr Licht und da habe ich gedacht, Herr Schummer klingt, ist ein schönes deutsches Wort, lange nicht genommen, ist so schummrig, weißt du, so ein bisschen zwielichtig. Ja, das ist ja auch ein Witchlight. Es beschreibt ja eher das Licht, als dass man hier eine Hexe beschreibt oder sowas, ne, oder eine Zauberin oder irgendwas. Von daher finde ich das sehr, sehr schön, wie du diesen Fallstrick umgangen hast und das gleich im Titel auch klar machst, ne, dass es hier, dass eine Übersetzung mehr kann, als Worte von der einen Sprache einfach ins andere zu übertragen, sondern dass da eben Interpretation zwischendrin mit dabei ist. So, und das hast du toll gemacht. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber ich habe mir dieses Ding durchgelesen und was du alles so übersetzt hast, und finde es echt, finde es echt cool. Dann lies es nicht so genau durch, weil vielleicht spielen wir das ja nochmal irgendwann. Also jetzt, wo es vorbereitet ist, kann ich das ja jederzeit aus dem Regal ziehen und dann kann es losgehen. Ja, ich muss jetzt immer dran denken, wenn abends so ein bisschen dunkler wird, mach schon mal Licht an. Genau, und damit freue ich mich jetzt eigentlich auch schon auf das Baldur's Gate Set und auf die Karten, die da drin sind. Ich habe auch schon viele wiedererkannt, die jetzt auch so bei Dungeons & Dragons über den Weg gelaufen sind. Und genau, da sprechen wir ausführlich in einer der folgenden Folgen drüber. Tja, womöglich sogar in der nächsten. Wer weiß. Es kommt ja hier, geht ja Schlag auf Schlag mit diesen Sets. Ja. Das ist ja unglaublich. Werden wir vielleicht kein klassisches Set Review machen, wie wir es zu diesen Standardsets tun, aber ich denke mal eine Top Ten oder zumindest ein Tasty Einblick in die neuen Karten, Mechanismen und was uns da sonst noch so erwarten wird, wird es definitiv geben. Also, kommt wieder, hört wieder rein, empfehlt uns weiter und wenn ihr uns einen großen Gefallen tun wollt, dann unterstützt uns bei Steady. Dort könnt ihr uns finanziell unterstützen, damit bezahlen wir Serverkosten etc. und können auch gegenüber unseren Freundinnen und Frauen rechtfertigen, noch mehr Folgen zu machen. Und der Dank dieses Mal geht an Daniel, der uns bei Steady unterstützt. Vielen Dank. Du lässt die Lichter anbleiben. Sagt man so, glaube ich, so, ne? Als tolle deutsche Übersetzung. Ja, das sagt man auf Deutsch. Das hast du sehr gut übersetzt. Also, mehr von dieser Qualität in meinem Blogartikel. Und, genau, also, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann überlegt euch doch, ob ihr uns vielleicht bei Steady unterstützt. Ansonsten. Und wem das Geld dafür fehlt. Entschuldigung, wolltest du das noch? Jetzt bin ich da zu... Genau, ich wollte mal zurück zur Spendenaktion kommen. Also, wenn ihr sagt, einerseits, nee, euch will ich das Geld nicht geben, aber ich will dafür sorgen, dass Kinder zu essen haben, was wir durchaus verstehen können, dann gebt alles Geld, was ihr entbehren könnt und jetzt auch gespart habt durch unsere Tipps. Gerne an eine Mahlzeit für alle Kinder vom Deutschen Kinderhilfswerk, unsere Spendenaktion, die wir unterstützt haben. Ebenso viel Wert wie Geld sind uns natürlich auch Kommentare und Empfehlungen. Hinterlasst sie uns, nicht nur auf den Social Media Plattformen, sondern gern auch eben da, wo ihr diesen Podcast gerade hört. Spotify, Apple, Google, wo auch immer. Genau, hinterlasst uns ein paar Punkte und einen Kommentar, was euch gefällt, was ihr vielleicht anders haben wolltet, etc. Wir freuen uns definitiv und es hilft anderen Leuten, da bei uns zu finden und es macht unser Herz auch ein bisschen warm. Einfach jeder Kommentar ist einfach eine ganz große Freude. Also, wenn ihr uns schon immer mal was sagen wolltet, wir würden uns sehr, sehr freuen darüber. Genau, und damit verabschieden wir uns für diese Folge und hören uns in der nächsten Folge wieder. Thema geht mir dann bekannt. Wir sagen Tschüss und Schauer, eure zwei Sparfüchse, der Geis und der... Martin. Und nicht nur mit den Karten kaufen, auch mit den Karten spielen, würde ich sagen. Oh ja, gut. Ja? Das hätte ich nicht besser sagen können, Martin. Danke. Okay, macht das. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.